sanfte grüße und herzlich willkommen zu einer runde power vorstelle simulator auf dieses spiel nicht aufmerksam geworden heute durch einen youtube video ich glaube das kam von der games da die leute early access spiele heute empfohlen haben die sehr gut sein soll und unter steam hat das spiel hat eine immens gute bewertung bekommen das spiel ist wie gesagt seit 19.5 2021 bei steam erhältlich seitdem hat sich da auch sehr viel getan der multiplayer beta ist verfügbar gewordenheit und der publisher ist das quer inix das spiel kann man singe sowie im koop modus spielen und hat volle kontroller unterstützung und wie man sieht hat auch das spiel ist komplett auf deutsch kann natürlich auch auf englischer und andere sprachen spielen nach der am ganzen ist natürlich hatte dass das spiel für die early access spiel mit 1999 doch immens hoch ist aber halt wie gesagt ich werde das spiel jetzt mal testen wenn es mir nicht gefällt kann ich ja immer noch umtauschen beziehungsweise nicht umtauschen sondern zurückgehen bei steam und wir schauen uns jetzt einfach das spiel an so hier runter geht's willkommen bei power watch simleiter wähle einen modus karriere modus besonderheiten challenge modus frei spielen nehmen erstmal option gucken wir uns mal das alles an was wir hier so einstellen können ok ok unterstützt auch 2560 1080 das perfekt audio ok lassen wir so steuerung ok springen usa hoch zu reichen ja verwenden srt ok 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 verlängerung bnsx seife wnsb ok dann spielen wir mal einfach waschen gegen die uhr oder im wasser limit betrifft den spiel wenn man das einfach die challenge modus oder waschen gegen die uhr ja nimm mal auto und wir nehmen fahrzeuge was soll der geiz das war ja nur nüchtern oder start für eine kurve einen job im modus karriere besonders ok geht also noch nicht dann machen wir die karriere tolle neuigkeiten ich habe bei den auktionen endlich einen transporter unter deinem budget für dich gefunden wenn du das ding sauber kriegst hast du dir deine druckreiniger sporen wirklich verdient ok dann gucken wir mal dann gucken wir mal das ist ein bisschen trickisch Ich glaube, man sollte das Spiel mit der Maus spielen. Ey, Maus ist wohl nicht so verbiegelt. Wann warst du denn überall hingewiesen, ich wusste nicht, ich kam in meine Gefahr, oder? Ah, okay. Ich bin so verbrecht. mal hier um die zeit limit muss man gucken hier ja ich spiele das nur mit der maus mit dem controller ist es ausrüstung ist weg damit verhauen wir uns hier dann umzugehen entziehen sie aus wer dort einzieht oder auch gehen das ist immer hier ach, mit der rechten Maustasteite ist dauerbeschreibung so, aber wir müssen die Einstellung etwas abändern links rechts zurück springen tue ich mit ok, dann gehts mal weiter ist die Kabel fettig so, 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 so 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 Ja komm, mach die Karte sauber. Und was haben wir denn hier, 40 Grad Düse. Left-Control, was ein Left-Control jetzt schon wieder. Späße springen. Ich muss nochmal hier aufs Dach hier hoch. Ich nehme hier verarschen Schmutz. Späße. Oh, hier ist sauber. Späße. Und jetzt geht's. Nichts, da haben wir auch wie lange abgeschafft. So, jetzt geht's. darf doch nicht wahr sein so müssen wir hier das dingchen nehmen weiter gehen wir nicht zur legendür fenster viermal windschutzscheibe hier muss Wow, heimlich Fänster. Heimlich Fänster. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 da gibt es die tür jetzt ja geht doch hat auch eine weile gedauert ist der außergewöhnliche dr wusch shop abgeschlossen sofort von tablet öffnen das aber ein sprung sie 100 prozent 150 ok heute garten reinigen walter street 230 buckingham naples mordzeit ok dann gehen wir mal einen garten reinigen details bedienpult lehms ok dann dort machen wir den job ist das hier alles dreckig hochdruck reinigen hochdruck reinigen und hier in So, dann. Hoch und runter, hoch und runter. 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 Hoch mit dem Stein. Hoch und runter. 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 Zettel Das ist ja schon mal fertig. Na komm, Mohini! Macht schon Laune, das Spiel, muss man schon sagen. Und wo man halt selbstpersönlich halt nicht so der Sauermannut fliegt ist, um Kershawin unterwegs zu sein. Er hat sie gut sind geschafft. So, noch ein Topfisch auf. So, noch ein Topfisch auf. So, komm, hau mal das Ding. Ja, was haben die hier bitte gefeiert, eh? So, noch ein Topfisch auf der Unternehmung. So, noch ein Topfisch auf der Demonstration. So, noch ein Topfisch auf der Tüche. So, noch ein Topfisch auf der Tüche, Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 So, jetzt geht's. Die Kompass ist ausdauernd, dass die Kompass ist ausdauernd. Vielen Dank. Hey, die haben aber echt recht mit der Hütte nie gemacht. Hey, wie? Ah, doch mal gut da, doch mal gut da. Das sieht sich an für die Länge. Ja, doch mal gut da. Okay, die haben sich aber echt kinkerlich zu hier mit den kleinen Sexflachen. Und hier ist auch noch dreckig alles egal. Okay. 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 ... Noch nicht mal 50% geschafft. Das ist echt ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020